Meine lieben Horoskoper, heute Numerologie, ein Zahlenrad der Mathematik. Was das bedeutet? Es ist einfach anzuwenden, aber tiefgründig und verblüffend zutreffend. Du willst wissen, wer bin ich? Du kannst es erfahren. Nenne mir das Datum deines Geburtstages und deinen Namen. Dann erstelle ich für dich dein persönliches Numeruloskop. Du kannst zum Beispiel erfahren, wie sieht der rote Faden meines Lebens aus? Oder welche Hindernisse, Schwächen sabotieren oder blockieren am meisten meinen Erfolg? Welche Talente und Stärken liegen im Verborgenen? Wie kann ich sie nutzen? Vor allem aber auch, was kann ich tun, um endlich auf die Erfolgsspur zu kommen? Ich, Derya, versichere dir, dass deine persönlichen Daten ausschließlich nur zur Erstellung deines Numeruloskopes verwendet werden. Nun möchte ich dir erklären, wie die Numerologie dein Leben beschreibt. Die Numerologie ist eine alte mathematische Wissenschaft. Eine Energie von Zahlen, die Einfluss auf alle Bereiche unseres Lebens erklärt. Mit diesen Zahlen präsentieren sie Stärken und Talente, Herausforderungen wie Lektionen für die wichtigsten Lebensabschnitte persönlicher Berufungen und Missionen. Die Ergebnisse helfen den Menschen, sich besser kennenzulernen, sodass er seine Stärken optimaler nutzen und die Schwächen besser erkennen kann, ausgehend mit dem Geburtsdatum. Das Geburtsdatum ist eine Art Navigationssystem, damit man sich auf dem Weg des Lebens nicht verirrt. Zusätzlich erhält der Name verschlüsselte Informationen über Stärke und Charakter. Die Zahlenmystik ist sehr alt und dabei gibt es keinen Haken. Sie ist absolut treffend. Warum? Man weiß es nicht. Es gibt zwischen Himmel und Erde eben Dinge, die nicht erklärlich sind. Sie funktionieren einfach. Wissenschaftlich gibt es hierzu noch keine Erklärung. Es ist einfach das Phänomen. Numerologie. Eines ist gewiss. Menschen haben sich in ihren Zahlenbeschreibungen immer wieder verblüffend genau wiedergefunden. Die Zahlen sind ein absolut präzises und tiefgründiges Werkzeug, den Menschen zu beschreiben. Doch brauchen wir eine Erklärung hierfür? Mir genügen meine bisherigen, absolut treffenden Ergebnisse. Wenn auch du wissen willst, was dein Geburtsdatum und dein Name für deinen Lebensweg bedeutet, dann ruf mich einfach an. Die Telefonnummer seht ihr eingeblendet. Bis bald, eure Deria.